Oh hey da, was geht ab Leute, Hong hier. Ich treffe mich später für einen Glückstausch, nach längerer Zeit mal wieder einen Glückstausch und jetzt für die nächsten paar Tage habe ich auch ein paar Glückstausche geplant, bin bis Samstag ausgeplant. Ja, jetzt während der Quarantänezeit hat sich eine Menge gestaubt und jetzt hat es sich so ergeben, dass ein paar mich darauf angesprochen haben. Ist natürlich nicht jeder bereit dafür und ich habe jetzt auch nicht Lust jedem zu schreiben, hey, wie sieht es aus, trotz dieser aktuellen Lage möchtest du dich trotzdem treffen und tauschen. Und keine Angst, wir sind verantwortungsvoll beim Tauschen jetzt mit den Leuten und man kann immerhin innerhalb von 100 Metern tauschen, also es ist kein Problem. Aber passt auf euch auf Leute und hier ein Update von allen Pokémon, die mir noch fehlen, unter anderem eben auch die Shiny Luckies. Ist gerade ein Pokéstop durchgekommen, nice. Musst du gleich mal abchecken, welcher das war. Der kommt nicht heute Abend, morgen kommt er, aber heute kommt auch nochmal einer. Aber es kommt gefühlt jetzt jeden Tag ein neuer, nicht schlecht. Hier ein Update meiner Shinies, meiner Shiny Luckies, die mir noch fehlen und allgemein allen Pokémon. Aber vor allem die Shiny Luckies für alle Freunde, alle Glücksfreunde, alle, die mit mir Glücksfreunde werden wollen. Zum Tauschen, denn ich sammle ja Shiny Luckies. Und ja, ich habe nicht mehr so viele Ziele, ich habe gesamt vier Ziele im Spiel. Auch wenn jetzt demnächst zum Beispiel Lamp 50 kommen wird und ja, keine Ahnung, ob ich direkt Lamp 50 werde, aber an sich juckt mich das nicht so sehr, weil EP kommen, auch wenn man nicht will, die kommen einfach. Ja, deswegen ist es nur eine Frage der Zeit. Aber gesamt habe ich ein paar Ziele und die sind nicht mehr allzu sehr entfernt. Also ich bin da schon im Endspurt, sage ich mal, um die ganzen Sachen zu erledigen. Dementsprechend ist ja meine Motivation für dieses Spiel auch relativ low, weil ja, wir sind am Ende, wir haben vieles erreicht, beinahe alles erreicht, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Zuschauer schreiben, ja Hung, mach doch das als nächstes Ziel und dies und das. Man kann sich immer künstlich irgendwelche Ziele setzen, aber irgendwann, irgendwann muss man halt auch sagen, yo, das reicht, Schluss. Und jetzt nicht im negativen Sinne von, im Sinne von, ich habe keinen Bock mehr oder sowas, sondern im Sinne von, es reicht halt einfach. Durchgespielt, Ziel erreicht und danach kann man halt chillen. Was sind meine Ziele? Bestimmte Agen auf Gold machen, dazu habe ich letztens ein Video hochgeladen. Alle Shiny Luckys, alle Pokémon-Aimer auf Max pushen, bevorzugt in ihrer besten Form, also 100% und alle Hunderter. Und hier seht ihr auf GoRanger, ist eine App, ist eine gute App, könnt ihr gerne abchecken, dazu habe ich auch ein Video gemacht. Und da habe ich hier meine Sammellisten, meine Checklisten, eben die Lucky Shinies, die Max und die Hunderter und die schauen wir uns heute alle an. Dann das Video heißt, alle Pokémon, die mir noch fehlen. So, alle Shiny Luckys brauchen natürlich noch 44, falls das stimmt. Wir schauen mal, ob die Liste noch aktuell ist. Partyhut, äh, Partyhut, äh, wer ist der? Radical, Shiny muss nicht unbedingt sein. Es ist eine Verbesserung. Shiny, Shiny Partyhut Radical ist besser als Shiny Radical, warte, nee, nee, Shiny Lucky Partyhut Radical ist besser als Shiny Lucky Radical sozusagen, aber die Hüte sind mir jetzt nicht so wichtig. Hallo Lagatschuh, da habe ich schon was ausgemacht. Krypto-Pokémon, ihr wisst, die jage ich, die sind nicht so häufig, gerne mit mir tauschen alle, die haben. Deswegen Krypto-Mauzi bräuchte ich noch, oder es ist nur Willicat. Äh, Vorentwicklung ist natürlich auch möglich, also End- oder Vorentwicklung ist egal. Sing-Fu-Kan oder Kani ist egal. Aber jetzt am C-Day, Gengar mit Hut anstatt normalen Shiny Gengar. O-Wai, Alola-Ko-Ko-Wai, Alola-Knogger, der ist relativ selten. Nicht so viele machen Alola-Knogger Rates. Dementsprechend haben nicht so viele Alola-Knogger zu mehr geben. Ein Korpsel noch, zwei, Evoli, die habe ich hier irgendwo auf dem kleinen, aber ich halte ja nicht so oft mit dem kleinen Lucky. Tanza, Krypto-Shergox, Tedrosa ist neu, offensichtlich, Wumpel, die zwei entwicklungen, Floki-Fall-Krypto, Äh, Loturzel, der ist eigentlich häufig, also keine Ahnung, wieso ich den noch nicht habe. Sengok, 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 Sengho, 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 Zornfeld wird schwierig, Poppins ist neu, Amaldo, ja, weiß nicht, der ist eigentlich auch häufig. Krypto, Metagross-Krypto habe ich einen Zuschauer, der hat mir seinen Account gegeben, zweiter Account. Da ist er drauf, den ziehe ich mir momentan hoch und wenn ich lucky bin, kann ich mich einfach einloggen und dann mit dem Tauschen. Sehr nett, Grüße gehen raus, Ehrenmann Regis habe ich alle Auf dem kleinen irgendwo, aber Muss ich erstmal lucky werden Auch ein CD-Pokémon noch Kein Problem Die Boomies wird relativ schwer Wunaiga Eigentlich ist es egal, aber dadurch, dass ich Selber noch kein Shiny Wunaiga habe, brauche ich erstmal Wunaiga, ansonsten könnte ich mir auch Einfach ein Charnera tauschen, was Auf jeden Fall leichter wäre Yolo ist häufig jetzt geworden Skorpion ist neu Ja, Skorpion ist neu Wird schwierig, Schneebedeck einfach Frustetsche habe ich sogar Einen, glaube ich, reserviert, Darker kann man nicht tauschen Praktivalik sollte kein Problem werden Makabaja Der wird schwierig, vor allem den gab es nur Halloween Klick sollte kein Problem werden Hat der Kleine auch irgendwo und Kobanium eigentlich auch nicht Es geht Fehlen tut nur der neue Lampi von der Safari-Zone Ansonsten Gar nicht mehr so viel Max-Pokémon Die Liste stimmt nicht ganz Die Zahlen, weil da sind Alle Pokémon noch mit dabei Auch welche, die es noch gar nicht gibt Deswegen Aber wir sind da ja fleißig mit dabei Jeden Max on Monday Gen 1 Haben wir komplett fertig Gen 2 fehlen 2 Beziehungsweise 3 Also die 2 Regionalen Und dann Capoeira Volbeat Illumis Von Gen 3 Haben wir jetzt Also Volbeat hatte ich schon Ich habe nur auf Illumis gewartet Können wir nächsten Max on Monday maxen Quirtle Regional Lunas Stein Habe ich 100 Aber ich warte auf ein Sonnfeld Und Sonnfeld ist regional Absol Ist eigentlich der einzige von Gen 3 Der mir noch in gut fehlt Den ich hier maxen kann 6-Hinals glaube ich Aber das reicht mir nicht Relikant Leider kein 100er bekommen Leider Dummheit von mir Wirklich dumm von mir Den hätte ich bekommen können Also bereue ich sehr 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 schade Und die 2 Regis Die jage ich ja schon ewig Habe ich noch kein gut bekommen Gen 4 Wadriwi weiblich Ich habe 100er männlich Aber das bringt mir halt nicht viel Weil den kann man nicht entwickeln Pachirisu Regional Das rosane Gastrodon Den Ah ne Max Stimmt Ich habe gerade an 100er gedacht Beide Gastrodons fehlen mir noch Driftlon Weil ich hatte kein 100er Aber mittlerweile habe ich einen Cloudagei Regional Krippok Keinen guten Offensichtlich Lucario Ich habe 98er Tech 14 Gebrühtet jetzt Könnte ich vielleicht maxen Keine Warnung Ich habe 96er Lucky Aber ich lasse mir noch Zeit Die 2 vom Seen Trio Die sind regional Offensichtlich Den Gäste gibt es noch gar nicht Bei uns Dann Gen 5 Gen 5 haben wir noch gar nicht Angefangen mit dem Maxen Das kommt dann halt erst noch Hier Alles von Gen 5 Da habe ich glaube ich noch gar nichts Gemaxt Wie gesagt Hier sind auch Sachen mit dabei Die gibt es noch gar nicht Und Melmetal Da habe ich leider auch noch keinen guten Aber das kommt alles noch Dann Was euch wahrscheinlich am meisten interessiert Alle 100er die mir noch fehlen Und für die ich Was weiß ich Den Stream unterbrechen würde Oder so Viele fragen mich ja immer Johan Was müsste jetzt reinkommen Damit du den Stream unterbrichst Und so Jetzt seht ihr es zum Beispiel Das ist nicht mehr viel Es ist mehr als Es ist weniger als man denkt Vor allem wenn man regional abzieht Auf die ich halt keine Chance habe Und Legendäre oder sowas Auch Mio Ist gerade in der Liste Aber Kann ich natürlich nicht erhalten Es fehlt Dann von Gen 1 Nur Tauros Und die 3 Vögel Aber legendär Ich rate jetzt nicht so viel Mio Gen 2 Wieder die regionalen Und Ein Capoeira Ich habe ein 100er Rabouts Aber ich habe kein Eier Den zu entwickeln Weil die Chance ist nur 33% Bei meinem Glück wird es sicher Kein Rabouts Kein Capoeira Aber falls ich einen zweiten 100er Rabouts bekomme Dann auf jeden Fall Und Wild kann der eigentlich auch noch spawnen Also Vielleicht hat man irgendwann mal irgendwie Glück Oder halt Wenn irgendein Event ist Kampfevent oder so Wird der schon noch kommen Keine Angst Entei Zulkun Lugia Ich habe Ho-O Und Raiko 100 Und Silly B Der Kleine hat ein 100er Silly B Flunkiefer Jage ich die ganze Zeit Ich mache jeden Raid Ich mache auch den Rocket Boss die ganze Zeit Aber will nicht kommen Will so gar nicht kommen Absol Krypto habe ich verpasst Hätte man jagen können Ich war foul Das war meine Down-Phase Das war im Dezember Sonnfeuer Regional Kürtel Regional Tropius Regional Palim Palim Kam während des Events nicht Ich kenne viele Städte Die haben einen bekommen Wir leider nicht Deswegen fehlt er leider immer noch Willikan wie gesagt Verpasst Dummheit von mir Kippwurm Leider Leider immer noch Keine Ahnung Kam halt nicht Zide gab es keine mehr Super Zide Kam keiner Kam einer rein Der war aber Fehlmeldung Schade Alle Regis natürlich Red Corsa Und Dioxys fehlen mir Zwei Formen Zwei Formen habe ich 100 Eine Form habe ich 98 Scheinungs fehlt Wadribi weiblich Pachirizo Jetzt die ganzen Regionalen Halt Clipbook offensichtlich Also das was ich nicht Gemaxe habe Habe ich halt auch nicht In 100 offensichtlich So kann man es Ungefähr ableiten Haben wir ja jetzt Gerade eben Vorhin schon gesehen Regi Gigas fehlt Habe ich nur ein 98 Gigatina Beide Formen Dark Lari Die regionalen Affen Den Die Vorentwicklung von dem Hätte ich auch Bei der Safari Zone In 100 bekommen können Dumm von mir Ordor Gejagt Aber nicht bekommen Auch kein 100er Gespawnt Während Wahl Dienstag Praktibald noch Keinen bekommen Aber Wir werden weiter Raiden Jiu Jitsu heißt er Glaube ich auf Deutsch Regional Baschuft Den Den Von uns habe ich Aber den regionalen Nicht Der eine Der ist auch Relativ selten Jetzt kommen halt Nur noch Echt krass seltene Regionale Der Typ aus Zurokex Zucorex Wie auch immer Aus der PvP Liga Dann halt Die mega seltenen Hero Castador Muss ich noch Jagen Den Den gab es In der Cursed Aber ich weiß Nicht mehr Was die Cursed war Habe ich leider Keinen bekommen Regional Der Vogel Aus PvP Dann hier Die ganzen Raids Also Wirklich fehlen Tut mir nicht mal So viel Man kann halt Ein paar Sachen Abziehen Wenn man mal Die regionalen Und die legendären Abzieht Ist es halt 20 Prokumen Oder so Die noch in 100 Fehlen Wahrscheinlich Nicht mal Das Problem Ist halt Die die halt Jetzt auch Fehlen Die sind halt Echt krank Ja Das war alles Was mir noch So fehlt Und Was mich Noch so am Ball Hält Lucky Shinies Um die 30 Die noch fehlen Hunderter Wie man es Sind 20 Wenn nicht Dann halt Die 60 Und Maxen Maxen Müssen halt Eigentlich nur noch John 5 Und das war Das ist alles Was mir noch Fehlt Was mich Noch am Ball Hält Was Ich noch so treibe In Pokémon Euch viel Spaß Viel Glück Ihr könnt gerne In den Kommentaren Eure Ziele So schreiben Was ihr so Verfolgt Was ihr noch So jagt Ansonsten natürlich Immer gerne Like, kommentieren Abonnieren Und die Glocke Aktivieren Aber das sage ich Im Outro eh Nochmal Also keine Ahnung Wieso ich das gerade Gesagt habe Ihr wisst Bescheid Immer like, subscribe Und kommentieren Checkt die Views ab Folgt auf Instagram Facebook, Twitter Checkt die Shop ab Vergesst nicht Pokémon is your business